Hallo, ich bin Lucia und wie ihr seht, bin ich gerade schwanger. Gerade jetzt im 6 Monat finde ich es nicht mehr so einfach, sich munsch zu kleiden, ohne dafür den ganzen Kleiderschrank teuer und neu aufzufüllen. Darum zeige ich euch heute, wie man normale Kleidung in der Schwangerschaft trägt. Wenn ihr euren Bauch gern betonen möchtet, sind Strickkleider der ideale Alltagsbegleiter. Da mir der Look zu klassisch ist, pimpe ich ihn noch mit den richtigen Accessoires auf. Wenn ihr zu den werdenden Mamis gehört, die ihren Bauch lieber kaschieren, empfehle ich euch klassische weite Sommerkleider. Die gehen auch noch gut im neunten Monat und sind super bequem. Diesen Sommer mega angesagt, der Karmenausschnitt. Noch ein Look für die Fashionistas unter den werdenden Müttern. Der Boho-Stil ist gerade absolut im Trend und mit den Slippern ist der Look super bequem, auch wenn die Füße am Abend mal eine Nummer größer werden. Sommerzeit ist die Zeit für Hochzeitseinladungen. Und wenn ihr denkt, hochschwanger sieht man nicht super aus, liegt ihr falsch. Hier mein Vorschlag. Gemütlich, super schick und praktisch. Der Klassiker, den wirklich jede Frau im Kleiderschrank hat, das Hemd-Blusenkleid. Mein Tipp, der Volantrock lässt den Bauch kleiner wirken. Übrigens, wie ihr diese Must-Have-Festival-Sandalen ganz günstig selber macht, zeige ich euch in meinem nächsten Video.